Fertig ist also der Grundputz. Jetzt fragt man sich natürlich, das ist nur eine Musterplatte, aber es ist noch immer besser auf jede Wand, die atmungsaktiv ist, einen Haftgrundwürfe zum Strichen und einen Putz, einen Lehnputz, besser wie jede Tapete und damit hat man schon ein natürliches Raumklima, wo etwas was Fäuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, wenn man es bucht. Also Natur, Pur, Grundputz, in seiner Farbe, wie man klickt. Noch nicht behandelt mit etwas Buntem, aber kommt noch, zeige ich euch. So, ich danke euch fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Schaut auf meine Homepage www.modella-medla.com Malerweisterbetrieb Art. Was ihr möchtet, schaut es mal nach. Bis zum nächsten Mal.